Marco Töller, Co-Trainer von Preußen Münster. Marco, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt die Stattdienst gerade gewonnen. Ja, Hammer. Es ist unbeschreitlich. Das erste Mal hier als Trainer auf jeden Fall reingehen. Und das ist ein Tag, das wir mitbekommen. Ich glaube, es gibt nur einmal. Ich hatte das Gefühl, das 1-0 von Steinfeld war so ein bisschen der Dosenöffner. Danach hat Kinderhaus früher aufgemacht und ihr konntet eure Klasse ausspielen. Ja, die Jungs waren total angefixt. Und dann brauchen die einfach einen Moment auch, um so ein bisschen frei aufzuspielen. Und ich glaube, wenn das erste Tor dann so ein Selbstfeld durch die Kinderhaus, fällt dann erst mal ein kleiner Stein vom Herzen. Und dann ist man auch ein bisschen befreit, das wird nicht so. Habt ihr hinten raus nochmal gezittert? Kinderhaus kam ja nochmal ran. Kinderhaus, der Mannschräger ging da. Im Ausbergab haben wir ja noch ein gewisses Bezug im Finale. Heute gehen wir als Sieger vom Platz. Ich denke, er hat sich super angefühlt. Und gleich freuen wir uns, wenn die Jungs zu feiern. Jetzt haben wir das Ding gewonnen. Lassst du die Jungs weg von alleine? Bitte? Lassst du die Jungs weg von alleine? Ja, natürlich. Amt ab. Amt ab. Und danke schön.